Hallo, mein Name ist Cornelia Bammer und ich habe mich für die Langbahn-EM 2021 im Schwimmen qualifiziert. Ich habe mit dreieinhalb Jahren beim ersten USC Traun schwimmen gelernt. Schwimmen tue ich 50 100 Graul und 50 100 Brust und qualifiziert bin ich für die 50 Brust. Wo ich acht Jahre war, habe ich mich entscheiden müssen zwischen Schwimmen und Turnen. Da habe ich gemerkt, dass man Schwimmen halt mehr zusagt und dann mit 13 Jahren habe ich mich halt für das Leistungssportmodell in Linz angemeldet und da habe ich mich dann quasi entschieden, dass Schwimmen mehr ist als nur ein Hobby. Ich glaube, man darf halt nur das erwarten, was man halt trainiert hat und man sollte jetzt nicht erwarten, dass man sich für irgendwas qualifiziert, wenn man halt dreimal in der Woche ins Training geht oder so. Das sehe ich halt immer so. Es schaut immer das aus, wie man halt trainiert und was man heute dafür getan hat.